Ich bin Marco, 49 Jahre alt. Ich habe eine leitende Position im Unternehmen. Das ist ein großer Verantwortungsbereich, aber natürlich auch viel Stress. Irgendwann fing dieses komische Stechen in meiner Brust an. Manchmal auch im Bauch. Das konnte nicht normal sein. Also habe ich mich entschieden, doch einmal zum Arzt zu gehen. Der Arzt sagte mir, dass mein Blutdruck zu hoch ist. Und ich soll die Anzeichen auf alle Fälle ernst nehmen. Nach weiteren Untersuchungen müssten wir uns das Herz genauer anschauen. Es könnte sein, dass Gefäße verengt sind oder Verkalkungen drin sind. Auf alle Fälle muss etwas gemacht werden. Mein Arzt sprach von einer Herzkatheteruntersuchung. Aber das bedeutet einen Eingriff in den Körper und einen Krankenhausaufenthalt. Dafür habe ich keine Zeit. Gott sei Dank nannte er mir noch eine Alternative. Es gibt auch ein Herz-CT. In nur 15 Minuten hat das Team von Etienne hochauflösende Bilder vom Herzen gemacht. Und die Ergebnisse auch direkt mit mir besprochen und an meinen Arzt geschickt. Dort waren zum Glück nur leichte Verengungen zu erkennen. Jetzt nehme ich Medikamente. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich frühzeitig in Behandlung gegeben habe. Sonst würde ich vielleicht heute nicht mehr hier sitzen. Ich kann nur jedem raten, hört auf die Anzeichen in eurem Körper und geht zum Check-up.